Musik Wenn Sie, verehrte Zuseher, wenn Sie noch nie ein Buch der Hauptgestalt unserer heutigen Sendung, wenn Sie mithin noch nie ein Buch von James Joyce gelesen haben, dann ist das unter manchen Gesichtspunkten zwar bedauerlich, aber Sie befinden sich in nicht ganz unfeiner literarischer Gesellschaft. Auch Thomas Mann, das wissen wir aus seiner Schrift über die Entstehung des Dr. Faustus, hatte zwar einen sehr neugierigen Blick auf das Schaffen seines damals noch nicht ganz so berühmten Kollegen geworfen, doch dessen Werk nie angerührt. Anders aber, als Sie und ich, meine Damen und Herren, sagte er nicht einfach, ich habe die Bücher von Joyce leider nie gelesen. Nein, Thomas Mann sagte, so ehrlich wie naturgemäß, der direkte Zugang zu der Sprachwelt des Iren ist mir verschlossen. Ähnliches hatte übrigens auch die Ehefrau dieses Iren schon vorgebracht. Der Name des deutschen Nobelpreisträgers kommt zu Anfang dieser Sendung nicht leichtfertig ins Spiel. Denn die erzählende Literatur des 20. Jahrhunderts ist weitgehend durch die konträren Maßstäbe geprägt worden, die diese beiden fast gleichaltrigen Autoren gesetzt haben. Und genauso unterschiedlich wie die Formen ihrer Werke erscheinen auch ihre Lebensläufe. James Augustine Aloysius kam im Februar 1882 als das Älteste von zehn Kindern eines schon damals nur mittelmäßig erfolgreichen Steuereintreibers in Dublin zur Welt. John Joyce, der Vater, war ein Hasardeur und ein Trinker, der bankrott anmeldete, als James gerade elf Jahre alt war. Es war auch deshalb ein Einschnitt im Leben des jungen Kerls, weil der Bub daraufhin aus der Schule genommen werden musste und zu einer seiner Begabung entsprechenden Ausbildung erst wieder kam, als die Jesuiten sich seiner annahmen. Diese Unterstützung erfolgte wohl auch in der Absicht für die Kirche, einen künftigen Geistlichen zu gewinnen. Doch Joyce fühlte sich nicht berufen. Mit 16 nahm er Abschied von der Kirche oder sie von ihm. Der Schriftsteller ließ später beide Deutungen zu. Statt Theologie studierte er Sprachen, Italienisch, Französisch und Englisch. Er entdeckte seine Leidenschaft für literarische Zirkel und für das Theater, veröffentlichte in den entsprechenden Zeitschriften Artikel, die Aufsehen erregten oder schlicht abgelehnt wurden. Und er gewöhnte sich leider bald auch die Trinksitten jener Kreise an, die sich nur in kleineren Nuancen von denen seines Vaters unterschieden. Dabei stand doch recht besehen das Unkonventionelle auf dem Programm Unkonventionell, wie die Liebschaft, wie die Beziehung des jungen Joyce mit dem Stubenmädchen Nora Barnacle, einer jungen Schönheit aus dem westirischen Galway, Tochter eines Bäckers und einer Schneiderin. Diese Nora war zwei Jahre jünger als Joyce, doch bereits mit dem ausgestattet, was man damals kenntnisreich raunend eine Vergangenheit nannte. Am 10. Juni 1904 begegneten die beiden einander. Am 16. Juni 1904 wurden sie vermutlich ein Paar. Seitdem spielt jenes Datum, jener 16. Juni 1904, eine ganz besondere Rolle in der Weltliteratur. Denn Joyce nutzte jenes Datum für den Tag, an dem die Handlung seines epochalen Romans spielt. Es ist ein einziger Tag. Warum wissen wir das alles so genau? Warum soll uns dieses eher intime Detail zweier noch junger Menschen interessieren? Nun einmal sehr direkt, weil Joyce seine Lebensgefährtin, sie heirateten erst knapp drei Jahrzehnte später, im berühmtesten seiner Romane eben jenem Ulysses zur Vorlage für die weibliche Hauptfigur nahm. Sie heißt dort Molly Bloom. Und im letzten Kapitel dieses Werkes führt sie gänzlich ohne Punkt und Komma einen inneren Monolog, ein wildes hin- und herzuckendes Selbstgespräch, das als Meilenstein in die Literaturgeschichte eingegangen ist. Die Literaturwissenschaft redet hier von der Erzähltechnik des Bewusstseinsstroms. Der Leser wird gleichsam in den Kopf der erzählenden Figur hineinversetzt, verschmilzt, gleichsam mit den Gedanken und Assoziationen etwa der Molly Bloom, scheinbar ganz ohne auktorialen erzählenden Autor, der sich als regelnde Instanz einschaltet. Noch einen dritten Grund lassen Sie mich hin nennen, verehrte Zuseher. James Joyce war fast ein besessener Verwirrter von Details des täglichen Lebens und darin Thomas Mann übrigens nicht ganz unähnlich. Unzählig sind in seinen Büchern die offenen und die verdeckten Anspielungen auf das, was man reale Vorkommnisse nennen könnte. Verdeckt oft genug durch Wortspiele, witzige Verdrehungen, bisweilen auch Karlauer, die in der souveränen irischen Erzähltradition literarisch sehr viel höher geschätzt wurden, als, sagen wir, hierzulande, wo sie ja eher als Derb gelten. Der nicht für seine Heiterkeit geschätzte Duden spricht in diesem Fall von fadem Wortwitz. Zu jenen realen Vorkommnissen zählten übrigens genauso auch Leseerfahrungen aus Klassikern wie aus Tageszeitungen, die James Joyce an einem bestimmten Tag gemacht hatte oder an die er sich erinnert haben mochte. Kurz, für die Liebhaber des Nachtrüffelns, für Spürhunde, die an einem Roman auch beglückt, wenn sie herausfinden, dass nicht nur Molly einem realen Vorbild entspricht, sondern dass auch, sagen wir, der auf Seite X erwähnte Zeitungshändler O. Muffin tatsächlich identisch war mit einem Mann, dessen friesische Vorfahren rote Bärte trugen und Buchholz hießen. Jedes Werk von Joyce ist ein verlockend verzweigte Goldgrube. Und fast alle Spuren führten nach Dublin. Denn für Joyce war die irische Hauptstadt gleichzeitig das Universum und dessen Mikrokosmos. Hier wiederholten sich die Geschichte der Menschheit und ihrer Mythen. Und deshalb treten wir jetzt einen Schritt näher an jenes Meisterwerk, das zwischen 1914 und 1921 entstand und zunächst nur in Abschnitten veröffentlicht wurde. Der Titel Ulysses steht für unseren, für der Griechenheld Odysseus, greift somit auf jenen Stoff von Homer zurück, der die Heimkehr des Helden, hier heißt er, Leopold Blum, schildert. Die treue Gattin des Odysseus, Penelope, ist folglich Molly Blum. Nur ist sie, wir haben gerade davon geredet, anders als Penelope, nicht treu. Sie ist eine Frau, nicht nur mit Vergangenheit, sie hat auch eine entsprechende Gegenwart. Die Telemach, ihr gemeinsamer Sohn, heißt Stephen Dallos und wäre gerne Künstler. Selbstverständlich, meine Damen und Herren, hier tritt James Joyce selbst ins Bild. Es wird also ein klassischer Stoff aus Griechenland in das Dublin des Jahres 1904 transportiert. Nur spielt sich jene Heimkehr, die Odysseus viele Jahre beschäftigte, an einem einzigen Tag. Eben jenem 16. Juni 1904 ab. Einem Tag, an dem der Anzeigenvertreter Leopold Blum nach seinem Frühstück sein Haus verlässt, denn dass er 18 Stunden, 18, wenn Sie so wollen, Kreuzwegstationen später wieder zurückgelangt. An diesem Tag geschieht eigentlich nichts, was augenfällig aus der Routine eines Akquisiteurs von Zeitungsanzeigen hervorzuheben wäre. Na gut, Leopold Blum muss an einem Begräbnis teilnehmen und wird später, wenn auch im abgetrennten Wartezimmer, Zeuge der Geburt eines Kindes. Das passiert nicht jeden Tag. Geht vermutlich auch nicht ständig wie am späten Abend dieses 16. Juni in ein Bordell. Doch für den Leser entsteht nie der Eindruck des Sensationellen, jedenfalls nicht, wenn er das Geschehen des Alltags aus der Sicht des Leopold Blum betrachtet. Dramatisch. Höchst dramatisch geht es aber zu, wenn der Blick auf die seelische Verarbeitung des scheinbar Trivialen fällt. Bei Joyce wird fast jede Rührung der Seele zu einem kurzen Ausdruck, zu einer, ins Wort des wahren Sinne, Reflexion. Reflexion bedeutet ja einmal ein ganz spontanes Zurückwerfen, wie ein Licht, das reflektiert. Und es bedeutet auch ein kurzes Nachdenken. Es geht also um den Instinkt wie um den Verstand. Was löst der Eindruck einer rauen Stimme, eines geschürzten Rocks, einer Handvoll Geldscheine in der geschilderten Person aus? Was das Schnarchen des Gatten, der Schrei einer Gebärenden, der Blick der Madonna oder die Feuchtigkeit nach der Selbstbefriedigung? Dem Autor ist nichts, ist alles heilig. Sein theologischer Mentor ist schließlich Thomas von Aquin. Seine literarischen Berater sind die aus dem Götterhimmel herabgezogenen Mythen unserer Zivilisation. Aber es geht um diesen einzigen Tag im Leben von vornehmlich drei Menschen in einer für den Leser noch nachvollziehbaren Gegenwart. Zumindest aus Filmen ist sie uns auch optisch, wenn vielleicht auch nur in verzerrter Bewegung und schwachen Farben noch präsent. Von mir aus betrachtet ist es die Jugendzeit meiner Großeltern. Sie liegt gleichsam nur eine Umarmung entfernt. James Joyce ist der Zauberer dieses Spiels mit der Zeit. Selbstverständlich, liebe Verehrer des Dichters, selbstverständlich nicht nur der Zeit. Doch dieses Thema muss sich gerade seiner Begrenztheit wegen hervorheben. Betrachten wir nun nur jenes Kapitel im Roman. Es spielt, bevor an diesem Tag die elfte Stunde schlägt, das Kapitel, in dem ein Kind auf die Welt kommt. Es ist zwar schon spät, doch wir befinden uns erst in der Mitte des Romans. Joyce nimmt das Bild des entstehenden Lebens und macht daraus die Wiedergabe einer entstehenden Sprache. Das müssen Sie, verehrte Zuseher, wortwörtlich verstehen. In diesem Kapitel entsteht die englische Sprache noch einmal von ihrer archaischen, angelsächsischen Geburt bis in die Gossensprache jenes Dublin des 16. Juni 1904. Das Schreien des Säuglings verweist auf den Ursprung des gesprochenen Wortes. Und weil Joyce eben nicht nur mit dem Wort Teufel einen Pakt geschlossen hat, lesen wir die entsprechenden Mitteilungen in der entsprechenden früh-spät-nachmittelalterlichen Form. Hat einer von Ihnen, verehrte Zuseher, hier gerade Angeber gerufen? Klar, es gibt immer wieder empfindliche Gemüter. Aber bedenken Sie bitte, ein Angeber will sich einen Vorteil verschaffen. Joyce aber verschaffte sich durch seine erzählerische Radikalität, durch seine unbändige Wortanarchie, durch das Verspotten gerade jener, die von wegen genug waren, Angeber zu rufen, keine Freunde, kein Publikum, das ihm der Notwendigkeit enthob, seinen Lebensunterhalt mit Sprachunterricht zu bestreiten. Naturgemäß hatte er Freunde, die ihn auch materiell unterstützten. Durch die Bedeutung seiner Einzigartigkeit begriffen nur ganz wenige seiner zu Lebzeiten ganz wenigen Leser. Als er 1943 in Zürich starb, lehnte es die damalige Regierung seines Landes ab, ihn in die Heimat zu überführen. Nicht aus Kostengründen, nein, wegen, wie es hieß, fehlender literarischer Bedeutung für das nationale Kulturerbe. Heute ist es, wie Sie wissen, ganz anders. Joyce thront und trinkt vermutlich auf dem Olymp. Wenn Sie sich unter Literaturfreunden bewegen, verehrte Zuzia, tun Sie gut daran, zumindest jene frühe Sammlung von begeisternd präzisen und berührenden Kurzporträts aus der Hand des Dichtes gelesen zu haben, die den schlichten Titel Dubliners trägt. Und wenn dann das Gespräch auf jenes monumentale Hauptwerk kommt, auf den Ulysses, dann empfehle ich Ihnen, sich an einen Satz des wunderbaren Joyce-Übersetzers Fritz Sen zu halten, der einmal sagte, was alles wir über den Ulysses schon gehört haben, trifft meistens auch zu. Aber noch viel mehr stimmt das, was vielleicht noch nicht gesagt worden ist. Wenn Sie das für eine Aufforderung zum Lesen, gar zum Wiederlesen halten, meine Damen und Herren, dann haben Sie recht. Und ich verspreche Ihnen dabei, nein, kein Vergnügen, vielmehr eine erfreuliche Bewegung der Seele. Und ich verspreche Ihnen dabei, nein, kein Vergnügen, vielmehr eine erfreuliche Bewegung der Seele.